Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Per Grimm, Sie sind Leiter der dpa-Fotoredaktion. Ich habe zu Beginn mal zwei Thesen für Sie. Die erste These ist, Sie haben den sichersten Job der Welt, weil unsere Kommunikation immer visueller wird, Bilder gefragter sind. Die zweite These ist, Sie haben den unsichersten Job der Welt, weil Bilder überall sind und kaum noch ein Wertempfinden für Bilder besteht. Welcher These würden Sie zustimmen? Auf alle Fälle natürlich der ersten These, denn es ist ganz klar, die Medien brauchen mehr Bilder als früher. Gerade für die Online-Auftritte der verschiedensten Medienhäuser brauchen wir permanent pro Tag recht viele Bilder und nicht nur Standbild, sondern auch Bewegtbild in Zukunft. Deshalb glaube ich ganz klar, dass wir sozusagen eine sichere Redaktion sind und ein Produkt machen, was auch weiterhin von unseren Kunden gebraucht und verlangt wird. Aber nochmal, überall gibt es ja im Prinzip kostenlose Bilder, Leute, die mit ihren Smartphones fotografieren. Wie heben Sie sich da ab? Wie heben Sie Ihre Fotografen ab? Unsere Kunden erwarten von uns, dass die Bilder, die sie von uns bekommen, dass die echt sind, glaubwürdig sind, dass die geprüft sind, verifiziert sind. Genau das liefern wir unseren Kunden als Service sozusagen auch. Die Bilder, die sie im Netz finden, da wissen Sie nicht genau, sind die mit Filtern bearbeitet worden, sind die überhaupt echt? Wem gehören diese Bilder? Rechte Fragen spielen da eine große Rolle. Und wenn Sie ein Bild von dpa bekommen, dann können Sie sicher sein, dass Sie dieses Bild auch verwenden können. Ist das Verifizieren und das Kuratieren von Bildmaterial künftig wichtiger als das Selbstproduzieren? Wichtiger würde ich nicht sagen, aber es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit geworden, ganz klar. Wir beschäftigen ja einen Großteil von eigenen Fotografen. Also wir haben rund 40 festangestellte Fotografen und nochmal so viele Fotografen, freie Fotografen, die mit uns zusammenarbeiten und das schon lange Jahre. Wir wissen sozusagen, wir können uns auf die Fotografen verlassen. Es gibt auch ganz, ganz klare Regeln und Standards für die Anlieferung von Bildern bei uns, auch was Bildbearbeitung betrifft und inhaltliche Kriterien, die eingehalten werden müssen. Das Selbstproduzieren ist immer noch ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, diese verschiedenen Standards, die wir als Agentur liefern müssen, auf die sich unsere Kunden auch verlassen, können wir nur so einhalten und garantieren. Nun heißt es in den Sonntagsreden immer multimedial arbeiten. Wie kriegt man diese multimediale Denke in die Köpfe rein? Das ist kein Umschalten von heute auf morgen, nicht, dass man den Schalter irgendwie umdreht und dann funktioniert es irgendwie alles. Das ist ein Weg, der da bestritten wird. Ganz klar hilft die Technik auch ein bisschen. Alle modernen Digitalkameras, die wir verwenden, Profikameras, können auch HD-Video produzieren mittlerweile. Viele Fotografen sind da auch schon sehr affin und sehr aktiv, können das auch gut umsetzen. Denn diejenigen, die für Fotos, für Fotografien einen besonderen Blick haben, haben auch einen besonderen Blick bei der Produktion von Bewegtbildern. Das versuchen wir nach und nach weiter auszubauen, haben auch schon etliche Erfolge mit unseren Fotografen. Wir haben einige, die produzieren schon sehr, sehr viel nachrichtliches Video auch bei uns. Aber da stehen wir auch noch am Anfang, das muss wachsen. Und wie kriegt man das in eine Redaktion rein? Also in diejenigen Köpfe, die das Ganze dann bearbeiten und rausgeben? Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass wir zukünftig unseren Kunden multimediale Pakete anbieten müssen, damit unsere Kunden auch ihre verschiedensten Produkte mit den verschiedensten Formaten bestücken können, aus verschiedenen Mediengattungen auch. Also dazu gehört einfach Text, dazu gehört Bild, Standbild, da gehört Bewegtbild zu, da gehört eine Grafik vielleicht zu und noch andere Mediengattungsformen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, die vielleicht erst in zwei, drei Jahren modern werden. Wir müssen eben halt auch schauen, wie bringen wir Inhalte in diesen neuen Formaten zu unseren Kunden? Und da haben wir zum Beispiel gehabt aus der Griechenland-Krise irgendwie so, wir haben jeden Tag gesehen Bilder von den Demonstrationen, Pressekonferenzen, Zypras kurz vor dem Referendum. Und irgendwie nach ein paar Tagen hat man gesagt, jetzt müssen wir aber irgendwie was Neues bringen und so, dass unsere Kunden auch irgendwie mal sehen, okay, wir machen uns darüber Gedanken, wie wir auch anders Sachen anbieten können. und haben ein Reporter-Team auf die Straße geschickt, einen Texter und einen Fotografen, einen griechischen Fotografen, den wir gebucht hatten. Und die haben verschiedene Personen vorgestellt. Die Kellnerin, die Restaurantbesitzerin, den Apotheker. Und die haben sich dann jeweils in zwei, drei, vier Sätzen nur dazu geäußert, wie sehen Sie die Zukunft, was halten Sie davon, was gerade in Griechenland passiert, brauchen wir den Euro, ja oder nein. Das wurde sehr gut angenommen von Online-Medien, zum Beispiel, die daraus ganze Serien gestrickt haben. und einzelne Menschenschicksale dann vorgestellt haben. Musik 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 Musik